Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast. In diesem goldenen Block ist es tatsächlich passiert. Heute in der Nacht ist das Bitcoin-Having eingeprägt worden und ab genau hier ist die Bitcoin-Inflation jetzt auf unter 1,5% pro Jahr gesunken. Was wir aber deutlich sehen können, sind enorm hohe Bitcoin-Transaktionskosten. Im Halving-Block selber wollten sich richtig viele mit ihrer Transaktion verewigen und über 37 Bitcoin wurden an Transaktionskosten in diesem Bitcoin-Block bezahlt. Und seit da an geht es wirklich komplett steil. 4 Bitcoins, 16 Bitcoins, 29 Bitcoins und das wirklich stundenlang werden wir mehrere Millionen Dollar alle 10 Minuten an Minting-Kosts, an Transaktionskosten bezahlt. Und der genaue Grund dafür ist das Runes-Protokoll, die neue Art von Bitcoin-NFT-Layer oder im Endeffekt Programm, wie wir Satoshis einzeln prägen können. Das Video zu Bitcoin-Runes, verlinke ich dir hier oben, ist ganz brauchbar für eine grobe Erklärung oder Einführung in das ganze Thema. Und es haben sich in der Nacht schon extrem gute Chancen ergeben, wirklich dicke, dicke Profite mit diesen Bitcoin-Runes zu machen. Ich habe es nämlich heute aufgenommen, aber pass auf, ich kann euch genau sagen, wie man es nicht macht und was ich bisher jetzt gemintet hatte. Und ich zeige dir, auf welchen Seiten Marktplätzen man jetzt schon Runes handeln kann, neu erminden kann und natürlich dann auch mit Profit verkaufen könnte. Denn ich selber habe natürlich die Bildschirmaufnahme laufen gehabt, während ich hier die ersten Transaktionen gesucht hatte. So in den ersten Blocks nach dem Harbing war so gut wie jeder Marktplatz eigentlich noch leer. Auf Magic Even gibt es immer noch keine Transaktionen bei Runes. Und die aktuell besten Marketplaces für Bitcoin-Runes sind wie gewohnt Unisat, die wir schon aus dem BRC20-Thema kennen. Das Wallet, das man dazu benutzt, das Bitcoin-Wallet, das ich benutze, ist das Unisat-Wallet selber. Und dann kannst du zum Beispiel auf runebtc.xyz hier die neuesten oder die aktuellsten Mints ansehen. Ich habe mir nämlich heute beim Aufnehmen einen richtig großen Fehler erlaubt. Und zwar habe ich gesehen, dass die Runes Satoshi Nakamoto schon ziemlich weit gemintet war. Das war ziemlich ähnlich hier mit 70% bereits gemintet. Da dachte ich mir so, hey cool, kann man direkt minten. 180 Dollar Transaktionskosten bezahlt. Und bisher habe ich genau 700 Dollar an Minting-Fees verbrannt. Und mit dem Kaufen hat es eigentlich nicht so richtig geklappt. Denn genau diese Satoshi Nakamoto-Dinger, wo 1000 Stück 180 Dollar gekostet hätten, traden aktuell bei einem Preis von 5,90 Dollar. Und aus diesen 180 Dollar wären jetzt 5.900 Dollar geworden. Aber ich finde die Token nicht auf meinem Wallet. Ich habe es mir nochmal angesehen. Um 11.43 Uhr war heute so die erste Transaktion, die wirklich auch in meinem Wallet registriert wurde. Und das war beim Minden von diesem Pepe Satoshi Nakamoto. Dann habe ich mir noch ein paar andere zum Spaß geholt. Auch diesen Wanko Wanko Runes. 10.000 Stück sind es hier geworden. Ein paar Minting-Kosten sind es halt. Habe ich mir auch nur genommen, weil er schon so gut wie fertig gemintet ist. Und da kommen wir auch noch zu einer ganz, ganz wichtigen Erkenntnis. Die Bitcoin Runes Satoshi Nakamoto, die gab es nur zu extrem hohen Minting-Fees. Und der Mint ist auch schon beendet. Also jeder, der sich hier Tokens gekauft hat, hat quasi seinen eigenen Floor-Preis mit den Minting-Kosten entstehen lassen. Weil das Minden selber, das hat, ich glaube, nichts gekostet. Ich hätte nicht mal gesehen, was es kostet. Und wenn du dir 1.000 Dollar für 180 Dollar gemintet hast, ist es schon irgendwie so gut zu wissen, unter 18 Cent wird der Coin wahrscheinlich nicht fallen. Er ist ja auch bei 6 Dollar aktuell. Aber nur damit man ein Verhältnis hat, was es gekostet hat, die zu Minden und was der Marktpreis aktuell ist. Und was ich mir aktuell denke, die Bitcoin-Preise oder die Bitcoin-Transaktionskosten gehen dann langsam ein bisschen zurück. Also du kannst dann, wenn die Mints noch offen sind, dieselbe Menge von Coins minden zu viel günstigeren Transaktionskosten. Also jetzt, wo die Transaktionskosten noch teuer sind, glaube ich, wird auch der Floor irgendwie höher halten, weil man ja selber mehr Minting-Fees bezahlt hat und dann eher unwahrscheinlich im Minus verkauft. Das zur Preisgestaltung von diesem richtig neuen Marktmodell auf Bitcoin. Ich habe mir ein paar Minus geholt. Ich habe versucht, ein paar Dinger zu etchen, also eigene Runes zu erstellen, aber das hat bisher noch nie wirklich funktioniert. Ich habe gestern wirklich viel herumgespielt, habe wie gesagt ein paar Transaktionskosten verbrannt. Wirklich funktioniert, hat so gut wie nichts. Das ist natürlich sehr schade, weil einem hier schon die First-Mover-Gewinne im Endeffekt ein bisschen abhanden gekommen sind. Sonst müssen wir eins sagen, die Bitcoin-Aktivität aktuell ist brutal hoch. Das Bitcoin-Mining selber, das führt natürlich zu niedrigen Block-Ausschüttungen jeden Block, aber wenn die Aktivität hoch ist und das ist jetzt zum Anfang so, das wird wahrscheinlich nicht lange halten, war das jetzt schon ein ziemlich cooles Spektakel mit vielleicht dem ein oder anderen Retro-Coin, den man hier mitnehmen kann. Und das, was ich jetzt aktuell mache, weil der erste Run-Up oder der erste Hype ein bisschen verpasst ist, quer durch die Bank, einfach auf Zufall ein paar von diesem Stück gemintet. Schauen wir einfach mal, ob da überhaupt irgendwas dabei rausschaut. Und sonst habe ich eben noch meinen dazu eingeteilten Bitcoin-Betrag, um irgendwelche Sachen spontan zu kaufen, das Ganze einfach mal zu beobachten. Zum Bitcoin-Preis selber finde ich einspannend, hätten wir auf Altcoins diese Art von Transaktionsvolumen, dann wäre der Coin jetzt gerade durch die Decke gegangen. Der Bitcoin-Preis selber ist gestern einfach schon volatil gewesen, etwas nach unten gesunken, etwas nach oben wieder gestiegen und hat gar nicht wirklich auf das On-Chain-Volumen reagiert. Das kann natürlich noch kommen, aber das zeigt hier, Bitcoin ist ohne Runes, ohne natürlich diesen ganzen Extras, wirklich auf 70.000 Dollar gestiegen im letzten Bull-Bear-Cycle. Und da habe ich persönlich für mich so die Erkenntnis gezogen, ich glaube, Bitcoin ist aus diesem Kindergarten eher schon raus und in die Investment-Schiene aufgestiegen und ist nicht von diesen Transaktionskosten oder von diesem Hype-On-Chain abhängig. Was man aber dazu sagen muss, wenn ein Hype entsteht, dann verdienen hier nicht irgendwie Ethereum-Foundations oder sonstige Firmen dann tatsächlich viel Geld, sondern das Ganze geht wirklich hier eins zu eins an die Miner, die sich hier eine goldene Nase verdienen und das heißt auch, das Bitcoin-Netzwerk füttert mit seinen eigenen Hypes die eigene Sicherheit und das finde ich eigentlich eine richtig coole Erkenntnis, das ist zu Bitcoin zu sagen, richtig, richtig stark, auch wenn die Transaktionsgebühren ein bisschen runtergehen und vielleicht die Runes auch mal am Anfang nicht so heftig performen, das wird wirklich für mich eine Art von Coins sein, die ich wie die Ordinals auch in den richtig heftigen Korrekturen kaufen werde. Das hat jetzt im letzten Monat ein knapp 5 und 10x auf zwei verschiedene Ordinals-Inscription-Token gegeben bei Bitcoin auf BRC20 und ich glaube auch, der Hype ist zwar jetzt am Anfang groß da, das zeigt auch, dass viel Interesse eigentlich unter den Bitcoinern hier offiziell oder ziemlich offensichtlich passiert und da möchte ich auf jeden Fall den Fuß in der Türe halten. Ich finde es super spannend, was hier gerade passiert. Ein ausführliches Update zu dieser Nische. Was kann man kaufen? Was ist gerade interessant? Wo ist Potenzial da? Von diesem wirklich neuen Marktplatz. Das wird es in den nächsten Tagen vor allem in der Inner Circle Gruppe mit Analysen und Co. geben. Wie ihr wisst, haben wir unsere Recherchen, unsere Analysen und Co. in ein kleines Dienstleistungspaket verpackt, einfach weil wir über 1000 Nachrichten in der Woche zusammen bekommen und ich und der Mike sind im BRC20 Bereich eigentlich ziemlich früh und gut aktiv gewesen. Wir sehen jetzt auch bei den Bitcoin Runes wieder die ein oder anderen Chancen und geben dann natürlich unsere neuesten Erkenntnisse und die ganzen Anleitungen und Co. zuerst natürlich in unseren Inner Circle. Kannst du gerne noch mit beitreten. Wird auf jeden Fall eine spannende Sache sein, wie sich das mit den Runes entwickelt. Auf jeden Fall spannendes Event. Beim Preis, es kann wie immer in beide Richtungen gehen. Die aktuellste Analyse ist oben hier verlinkt, das habe ich dir gestern hier hochgeladen. Ich warte immer noch auf den Ausbruch der Konsolidierung. Das Grundfundament von Bitcoin ist definitiv mit der sinkenden Inflation mehr wert geworden. Und meine Einstellung ist immer noch jeder Dip, jedes Black Swan Event, jede Korrektur ist wirklich hier ein Geschenk, um mehr Bitcoin zu kaufen. Und auch bei den Altcoins sind einige Nachkäufe natürlich wieder gut aufgegangen. Und dazu lade ich dich gerne morgen am Sonntag zu einem Livestream ein. Da können wir den Markt neu bewerten. Da können wir wirklich sämtliche Coin-Analysen aus den Kommentaren, aus den ganzen Livechats und so mit unter die Lupe nehmen. Schauen wir uns an, was sich natürlich in den nächsten 24 Stunden beim Bitcoin so getan hat und werden dann natürlich up-to-date sein. Deswegen natürlich gerne liken, abonnieren und beim nächsten Livestream dabei sein. Und sonst wie immer freue ich mich über eine Daumen nach oben Bewertung. Und mit diesem kurzen Update wünsche ich dir natürlich wie immer die maximalen Profite mit deinen Investments. Wir sehen und hören uns im nächsten Video, Livestream, Telegram-Gruppe, Inner Circle oder auch in den Kommentaren. Ich wünsche euch wie immer was. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.